Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu 1.2. Das Intro ist scheiße gewesen. Richtig gay. Wir müssen unsere Bekanntheitsgrad erhöhen. Deswegen jagen wir jetzt ein paar Fregatten. Und deswegen mörsern wir die jetzt zu. Verstärkung? Nein, Mann. Oh, verdammt. Egal, weil der perfekte Treffer also. Achtung, Angst! Feuer! Und Opa! Segelresten raus aus der Wöhn! Okay, okay. Da hinten ist so ein... Hängt noch, aber schwer beschädigt. Feuer! Komm schon. Feuer! Der Treffer können sie wieder ab. Feuer! Wir machen so schnell wir können. Feuer! Der Treffer können sie wieder ab. Feuer! Wir steuern! Ja, komm! Ja, ja! Aha. Boom! 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 Hier auch noch. bevor wir draufgehen oh verdammt oh der lebt noch komm so ha zufrieden alter jetzt geht's auf den Maul das kann ich auch so komm bam in your head bitch so badadadadadadadadam dam 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 ja was mit der fregatte hier passiert ist ja aber eindeutig klar oder wow schön viel metall jackdorf reparieren so so weinig verstärkung ja ist klar was ist das denn so schon wieder ein kriegsschiff Ich öffne nur das Riesending, gehe ich auf uns. Doch, sie gehen auf mich! Alter, guck mal unser Leben, Mann! Ich will sie mal echt interessieren. Ob ich da einfach rüber gehen kann. Bum! Bum! Ja! Ich komme! Alter, ich will das Ding da kaputt machen, ihr Idioten. Okay! Schnell nachladen, 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 nachladen! Fuck you! Ich muss nachladen, Leute! So, jetzt! Was? Wollt ihr mich grad von hinten nehmen? Wat'n Bisser! Kniet nieder, ihr Schlampen! Stoff, Holz! Oh, Holz! Pfff! Lecker Holz! Jetzt müssen wir eigentlich wieder ganz voll sein, oder? Bumm! 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 Ich und da? Gar nicht! Bumm! Ach ... Das kann ich auch! Was sagst du dazu, du kleiner Bist? Und wieder an Bord mit euch! Lasst jetzt die Kämpfe beginnen! Bumm. 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 Na komm. Ja, ja. Grapa noch. Nein, geil. Hui. Arme Arsch, Junge. Mich kriegst du nicht so leicht. Aha! Kapitän ausgeschaltet. Jetzt sind die anderen dran. Alter! Also manche da funktioniert eh einfach nicht. Ja! Aua, 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 Aua. Nachan. Alter! So Anni, da muss ich schon Hoppala Anni, doch da So Die Flagge zerstören Ahm, Edward, da solltest du nicht rum Glauben Kann wehtun Trust me Nein Und schnipp Schnapp Ab Oh Gott sei Dank Und das kommt direkt jetzt in unsere Garage Ne, ne, in den Hafen Ah Jetzt haben wir im Bekanntheitsgrad Sehr gut 1000 Reals 150 rum 50 Zucker 9 schwere Kugeln 2 Mörsergeschosse 7 Crewmitglieder Yes In Kenrace Flotte aufnehmen Yeah, Kollege Ja, ja Yeah Hähä fette Beute, Captain Das ist ne Fregatja Hohohohohohohohohh Ich fühl mich so verarscht Einfach nur Ach, guck mal, wer da kommt. Sagen wir ihnen mal Hallo. Ach, komm. Sogar meine Ketten geschossen machen wir schon als du. Ich habe keinen Bock denn jetzt. Es geht ja nur ums Versenken, nicht ums... Aua, aua, aua. Ach, ich muss trotzdem den nächsten entern. Oh, ich kann ihn noch entern. Deswegen kommt die Allian. Komm. Auf, geil. Äh, ne, komm. Ah, ah, nicht jetzt. Alter. Das werde ich verlieren, wenn ich was mache. Oh, nein. Also hier ist auf jeden Fall das größte Schlachtgebiet für Schiffe, ey. Auf den Schaden genommen. Bereit machen zum Aufschlag. Feuer. So. Feuer. Ich will nicht schießen, ich habe Angst, sonst habe ich den Großen. Wir Ärger kippen. Macht euch bereit. Feindliches Feuer. Wir haben uns, Käpt'n. Feuer. 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 Wir sind in ihre Lok. Was, schon wieder eine Fregatte? Mission beendet. Cool. Ich habe gerade anderes zu tun. Boom, boom, boom. Würde mich echt interessieren, ob das jetzt einfach geht, jetzt. Ähm. Lol, was ein Schwung. Wui. Ah, hier sind so viele Schiffe, äh, ich komme damit nicht klar. Viel zu viel los hier. Was ist da mit dem Schiff geschehen? Trust me, ich habe einen Plan. Heuert ihr an, Jungs! Erstmal Bekanntheitsgrad verringern und dann versuchen, beim nächsten Schiff zu reparieren. Halt der Sicherheitsabschluss. Was wäre wo? Was? Seid ihr wahnsinnig? Halt'ung, Edward! Feuer! Wir wurden durchschiedet! Feuer! Feuer! WOLTER! Wir gehen gleich runter, Edward! Sind bereit, Sir! Feuer! Ja, ähm. OOLTER! Ist ja auf mich gesprungen. Aber egal, jetzt können wir wenigstens den nächsten Marina-Auftrag annehmen. Hehehehe. Rautet unser Kurs heute, Captain! Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn! Was sagt dein Bauch? Ähm. Boah, ich dachte, der Joy ist denn da oben. Oh Gott, Alter. Schnellreise! Schnellreise! Da, 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 da! Schnellreise! Auftrag ist erst, was ich sehe, erstmal ein Kriegsschiff. Kriegsschiff, zwei Fregatten, ne, drei Fregatten. Ich fühl mich so mega irgendwie verarscht einfach nur. Also, wir müssen uns merken, falls wir ernsthaft mal irgendwie Schiffe oder so brauchen, hier kriegen wir genügend. Nein. Mission starten, Auftrag annehmen. Seid gegrüßt, Freibeuter. Die HMS Courage hat Dokumente an Bord. Die ehrbaren Kau... HMS? Hauptmarineschiff, oder? Äh... Ähm, die ehrbaren Kaufleuten wie mir gesetzwidrige Geschäftspraktiken vorwerfen. Die Dokumente sind natürlich gefälscht. Dennoch sollten sie auf jeden Fall vernichtet werden. Ich vertraue darauf, dass ich diese delikate Angelegenheit in eure Fähigkeiten, äh, fähigen Hände geben kann. Unterzeichnet, Milo van der Graf Airballer Kaufmann ein Freund. Hab ich die nicht angenommen? Böbber! Böbber! Was werden Sie dann brauchen? Ah, das sind ein paar Schiffe, also wenn da jetzt die Courage ist, ne? Dann hör ich nicht. Tausend! Tadaa! Rum! Ah, sehr gut! Aufbei! Können wir uns ab... Ja, komm hier! Kaufen... Checkdor-Upgrades! Yeah! Breizeitenkanonen! Nimm mir ernst jetzt? Die gibt's ja auch noch! Ne, den kann man später machen, da... Wir machen jetzt erstmal den gleichen Rumpf ausbauen, damit wir hier mal ein paar Lähmahm da... Was machen wir jetzt? 500! Oh Gott! Oh! Ah, wir können nochmal kaufen! Ne, das war's! Da, 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 da! Ah, wir müssen jetzt eigentlich sieben Kanonen da stehen, oder? Oben! Ja, oder halt, die sind unten offen dann! Jetzt gucken wir uns an, wo diese... Courage ist! Ah! Ähm... Doch mal ganz kurz was gucken... Triton... Enterprise... Triumph... 60! Sorry, da ist wahrscheinlich ein bisschen hell und laut wegen... Ähm... Und so, ne? Aber... 60! Okay, langsam... Komm ich mir klein vor! Aber nur so klein, das wüsste ich hab' ne Idee! Aber erstmal... Oh! Möchte ich gerne was testen. Cool. Geht's halt. Kann ich theoretischerweise mir Schiffe als Unterstützung holen? Hm? Dass sie dann bei mir kurz mitschwimmen mit zusammen kämpfen oder so. Das ist doch scheiße. Nein, kann ich natürlich nicht. Alter, hier alles gelbe und so. Ost-Kanada geht man gar nicht, Junge. Ost-Kanada, hier. What? Na, kein Ding. Da haben wir immer hier eine Kriegsschiffe. Ein Schoner. Sehr gut. Wenn wir den reparieren, wie viele Chancen haben wir dann? Steigen die Chancen? Oh, 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 oh. Okay, Golf von Mexiko. Ist der wenigstens angemessen? Ein Kanonenboot. Ui. Boom. Das war ja nicht mehr ich, ey. Hammer, geil. Victory. 10, 10, 10, 10. Sicher. Kampf. 2 Kanonenbooter. Oh, wir können verkacken. Boom. Also, für mich war das ein 100%iger Sieg. Meint ihr nicht auch? Ja, sicher. Es reicht doch erst mal. Dann holen wir uns jetzt eben einen großen Auftrag aus Ost-Kanada. Da war... Ah, jetzt ist eine Brick und eine Fregatte. Verstehe nicht. Das war die Brick. Jetzt kommt die Fregatte. Ich will auch so ein Riesenschiff haben, ey. Sieg. Ah, riskant. Dann können wir ja direkt nochmal auf Kakaoen, wa? 34. Alter, ist das teuer. Ein Kanonenboot und ein Schoner. Na, das hört sich doch mal richtig fern. Ja. Ja. Ah, den kann er es machen. Kein Ding. Meine HMS Rapture, dem braucht wir ein paar Leben, du. 35 bekommen wir und wie viel muss ich ausgeben dafür? Ähm, Flotte. 20. Ja, okay, hat sich gelohnt. Dann kann ich es ja verstehen. Ähm. Dann haben wir hier, Ressourcen für Handel. Das kann ich euch sowieso ausmachen. Eine Stunde bis halbe Stunde, also halbe Stunde bis Stunde. Machen wir die hier. Zu wenig Frachtraum. Genug Frachtraum. Rapschart aus dem Auftrag. Dann müssen wir ja die machen, oder? Und wir haben zu wenig Platz. Ah. Zwei Kanonenboote, die angekratzt sind. Ja, komm. Aua. Aua. 15 So 15 So Das ist doof Ähm Loll Ich würde eigentlich entern In der Tasterdrückung Irgendwie ist das nur noch ein Schifter Von mir aus Okay, wir kriegen auf den Sack Nein Wow Alter, mein Schoner ist viel besser als sein Schoner Hammer geil Aber es wäre geil, wenn ich jetzt einfach mal eben hier Meine ganze Flotte holen könnte Dann machen wir hier so ein bisschen Stress Das wäre mal fett So Bestätigen, ja Ich habe ein Gefühl Dass wenn ich jetzt die Courage angreife Ich voller Flosse kriege Trink die Hauptsegel in den Wind Eieieiei Level fucking 60, ey Ähm Ja Der hat drei Unterstützungstruppen Fuck Wie groß das auf der Karte ist das Schiff Meins sieht man fast gar nicht Boah Solche Schiffe sind riesig Die haben Übermaß an Größe Ja Reicht das? Auf Feuer Klar reicht das Auf dein Zeichen, Käpt'n Auf dein Zeichen, Käpt'n Auf dein Zeichen, Käpt'n Käpt'n, nach Börser Feuer Ich gehe in den Schatten Stoff in den Wind Alter, eineinhalb ganze Balken weg Für einen Treffer Feuer Den Knapp heuert Feuer Am Ziel vorbei Sind bereit, Sir Ha 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 Feuer Doch so ein Treffer und das war's Die kann ich mehr einstecken Feuer Sind bereit, Sir Zigi Feuer Ich schieß mit Mörser Feuer Das ist die Verwunderung Feuer Mörser can win Feuer Ihre Schwarzstelle ist ungeschützt Feuer Feuer Oh Gott Nein Ich dachte, wir kriegen sowas von auf Fresse Von diesem Verband Wenn es wenigstens nur Die Level 60er-Dings da wäre Aber nein Wir müssen auch drei Freakaten bei sein Warte, was? Feuer 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 Der letzte Schrubt die Welt Ja, warum nicht? Feuer Und ein Bereich Feuer Feuer Ich sehe zwar gerade nicht viel, aber Feuer Ich sehe zwar gerade nicht viel, aber Feuer Feuer Um es genau zu sagen, ich sehe gerade gar nichts Feuer 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 Level 60er, die besorgen uns. Die gehört mir dann. Also wie groß das ist. Das Ding ist einiges größer als meins. Eilige Scheiße. Bumm. Bumm. Was, die setzen Fuß auf unser Deck? Ernst? Die kommen hier hin. So. Na, hat mal funktioniert. Ich fasse es nicht. Lol. Aua. 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 Du kannst auch in die Ecke gehen. Pisser. Kommen wir hoch da. Läu. Bam. Noch ein paar Gegner-Züten, dann gehen wir wieder hoch, sind es zu der Flagge. Aua. LOL, Alter. Vor allem, wenn der dich einmal gezoffen hat, kannst du aber nicht mehr abwehren. Nein. Nein. Ja. Tschüss. Tschüss, und jetzt gehe ich hoch. Ich mache einen Abgang. Alter, da unten ist unser Schiff und hier ist unser. Äh, hier ist das gegnerische. Alter, wie groß das Teil ist. Was für eine Aussicht, Alter. Na, Bitches, was geht's? Ihr wolltet doch unbedingt mein Schiff kaputt machen. Er hat zwei, äh, 320 Stoff. Äh. Ach, ich kann ihn nicht nehmen. Ach, Mann. Ihr seid doch fies. Ich hasse euch, Alter. Ich hätte sie so gerne genommen. Abgenommen hat ich es hier euch, ey. Papiere, bitte. Da, 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 da. Sehr halt nicht. Da müssen wir hin. Schnellreise. Bastartigen. Und damit, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.